Was bin ich? Wir sind die heiligen Broten Gottes, die für ihn sprechen. Und indem wir sein Wort zu jedem tragen, den er zu uns gesandt hat, lernen wir, dass es in unserem Herzen eingeschrieben ist. Und also wird unser Denken über das Ziel geändert, für das wir kamen und welchem wir zu dienen suchen. Wir bringen dem Sohn Gottes, der dachte, dass er leide, eine frohe Botschaft. Nun ist er erlöst. Und wenn er des Himmels Pforte vor sich offen stehen sieht, wird er eintreten und in Gottes Herz entschwinden. Was bist du? Du bist der heilige Bote Gottes. Diese Wahl kannst du treffen. Du kannst natürlich auch eine Wahl treffen, die diametral entgegengesetzt ist. Du kannst die Wahl treffen, ein getrennter Körper zu sein. Du kannst die Wahl treffen, Kriege anzuzetteln. Du kannst dich als leidend erfahren. Das Ego glaubt, dass Gott eine strafende Instanz ist. Also nimmt das Ego dieses, um sich selbst zu bestrafen. Und so habe ich den Körper dazu benutzt, um in Kriegen zu fallen und als Herrscher zu gewinnen. Ich habe den Körper dazu benutzt, um in dunklen, eingekerkerten Verliesen dahin zu vegetieren und zu sterben. Ich habe mich in meinem religiösen Wahnsinn in Wände einschließen lassen und nur noch durch ein kleines Loch Speisen und Getränke zu bekommen und hinter dieser Wand zu sterben. Ich habe den Körper Kälte ausgesetzt, damit er erfriert. Ich habe ihn in den Wüsten verdursten lassen. Ich habe ihn klippen, hinunterspringen lassen. Ich habe vergewaltigt und wurde vergewaltigt. Ich habe Hexen verbrannt und ich wurde verbrannt. Ich habe mich den unbildenden Wetter des Wetters ausgesetzt und bin darin gestorben. Ich habe Beziehungskonflikte angezettelt und sie wahrgemacht und Jahrtausende darin gelitten. Ich habe den Körper nackt, den Elementen ausgesetzt. Ich bin über Dornen gelaufen, bis die Knochen nur noch sichtbar waren an den Füßen. Ich habe den Körper gegeißelt, den Rücken ausgepeitscht, bis das Fleisch nur noch herunterhing und die Knochen sichtbar wurden. All das können wir mit dem Körper tun. Wir können heilige Kriege anzetteln und wir können uns darin als Opfer und als Herrscher erfahren. Wir können vergewaltigen und morden. Wir können Leiden und Schmerzen erfahren, nur um uns selbst zu bestrafen. Der Körper folgt dem Geist. Und was der Geist befiehlt, das wird der Körper tun. Wenn du glaubst, du müsstest dich als Mörder erfahren, dann wirst du das tun. Oder als Opfer. All das ist dir doch wohlbekannt. All das, was ich dir jetzt gesagt habe, ist dir überhaupt nicht fremd. Du erfährst dich in der Hexenverbrennung als Opfer, wie als derjenige, der es angezettelt hat. Du erfährst dich in allem in dieser Welt. Und in diesem irrigen Glauben, je mehr du leidest, dass du dann Gott näher kommst, wirst du jedes Mal versagen. Gott erkennt die Leidenden nicht, denn Gott weiß nicht, was Leiden ist. Er weiß nur, dass du einen seltsamen Traum lebst. Und dieser seltsame Traum will aufgehoben werden. Ja, die Frauen haben es schlechter wie die Männer, weil... Und so haben wir uns Vergewaltigungen ausgesetzt und wurden vergewaltigt. All das können wir machen. All das sind Bilder in unserem Geist. Und wir können dies immer wieder zelebrieren. Wir wurden Pandemien ausgesetzt, Welt, wir wurden Seuchen ausgesetzt, in denen Millionen, Milliarden von Menschen starben. All dies können wir ständig wiederholen. Wir können immer unsere eigenen Bilder wahrmachen. Wir können Tsunamis, wir können uns in Tsunamis erfahren, in denen Millionen Menschen von Sterben Städte ausgelöscht werden, die Tierwelt vernichtet wird, Ökokatastrophen angezettelt werden, Polkappen springen und der Dinge mehr. All dies, um zu leiden. All dies geschieht in deinem Geist. All dies sind Bilder, die du gemacht hast und die sich erfüllen müssen, wenn du weiterhin daran glaubst. Du wirst deine finanziellen Abstürze wieder eine finanziellen Aufschwünge erleben. Du wirst die Finanzcrashs erleben, wie die Wirtschaft zusammenfällt. Du wirst eine aufstrebende Zeit haben und wieder eine abstrebende. Plus und Minus. Plus und Minus. Heute geht es mir gut, morgen geht es mir schlecht, weil das Kind ist gestorben. Der Mann hat mich verlassen. Die Frau ist fremdgegangen und der Sohn will nichts mehr von mir wissen. All das können wir wahrmachen, nur um zu leiden. Aber wollen wir den Körper weiterhin dazu nutzen, um zu leiden? Möchtest du nicht anderen Geistes werden und die frohe Botschaft annehmen, wir sind die heiligen Boten Gottes, die wir ihn sprechen und indem wir sein Wort zu jedem tragen, den er zu uns gesandt hat, lernen wir, dass es in unserem Herzen eingeschrieben ist. In dein Herz ist jetzt eingeschrieben, dass du ein Bote Gottes bist. Du musst nicht mehr elendiglich sterben. Du musst nicht mehr diese unheilbaren Krankheiten machen, die eine Abwehr gegen die Wahrheit sind. Du musst diese Magie nicht mehr wahrmachen, indem du dich als Opfer und als von Gott getrennt erfährst. Du musst nicht mehr sterben, nur um zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Du musst nicht mehr das Ego auf den Thron setzen, das dich doch immer wieder dieselben Dinge erfahren lässt. Und täglich grüßt das Murmeltier seit Zehntausenden von Jahren. Du musst nicht mehr in den Heiligen Krieg ziehen, um Gott irgendwo zu verteidigen. Du musst dich nicht mehr in einem Heiligen Krieg erfahren, in dem du das Opfer bist. Du musst nicht mehr vergewaltigt werden oder vergewaltigen. Du musst nicht mehr morden oder ermordet werden. Du musst keine Hexen mehr verbrennen oder dich als Hexe erfahren. Du musst nicht mehr als Magier verurteilt werden und in den Kerkern der Burgen versteckt werden. Du musst nicht mehr der Täter sein. Du musst nicht mehr König spielen oder der Bettler. Du musst nicht mehr diese Spiele wiederholen, die dich doch immer wieder getrennt als Mensch erfahren lassen. Du musst dich nicht mehr töten, nur um irgendwo wieder geboren zu werden. Du bist hier, um dich als ewiges Leben zu begreifen, als der Christus, der du bist. In deinem Herzen ist jetzt die Wahrheit eingeschrieben und du wirst es verstehen, wenn du dich als Bote Gottes erkennst. Einfach beginnen. Ich bin ein Bote Gottes oder ein Bote des Todes, der Trennung, des Schmerzes, der Sorgen, der Dunkelheit. Trete heraus aus deinem Verlies der Einsamkeit. Es modert schon zu offensichtlich. Du willst es doch nicht mehr. Lass doch die Beziehungen in deinem Geist heilen von einer ordnenden Kraft, die die Ordnung herstellen kann. Du kannst es doch nicht. Das solltest du doch inzwischen begriffen haben. Wir brauchen eine ordnende Kraft. Und wir können uns jederzeit diesem Geist öffnen. Aber erzähle doch nicht mehr von der Trennung. Lass doch die Vergangenheit ruhen. Du musst sie ja nicht vergessen, aber du kannst sie als geheilt betrachten. Wenn du deine Vergangenheit als geheilt betrachtest, musst du dich nicht mehr immer wieder auf sie beziehen. Die Vergangenheit ist jetzt geheilt. Vollständig. Kannst du es fühlen? Magst du diese Tatsache anerkennen? Oder möchtest du dich immer noch als ungerecht in dieser Welt erfahren? Als ungerecht behandelt? Die Möglichkeiten sind zuhauf vorhanden. Immer wieder. Kommen die Menschen zu dir, wo du die Erfahrung machst, hier werde ich ungerecht behandelt. Hier werde ich nicht gesehen. Hier werde ich nicht als das wertgeschätzt, was ich wahrhaft bin. Hier will mich jemand erniedrigen. Das kannst du überall erfahren. Oder möchtest du all das in deinem Geist vergebend betrachten, segnend betrachten? Möchtest du dieses alte Jahrtausende, 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 alte Spiel der Trennung beenden? Dann erlaube dir, diese Botschaft heute anzunehmen. Erlaube dir selbst, ein Bote Gottes zu sein und diszipliniere dich da drin. Erzähle nicht mehr, wie schlecht der andere ist. Erzähle dir nicht mehr, wie schlecht die Politik ist. Oder wie dieses und jenes ungerecht ist. Kämpfe nicht mehr gegen das, was ist. Wer kämpft, befindet sich in einer hoffnungslosen Situation. Er ist der Sklave seiner eigenen dunklen Gedanken. Sei das Licht, das keine Schatten wirft. Werfe du keine Schatten mehr. Lass du die Trennung ruhen. Sei du eines Geistes in Gott, in der Liebe. Mach du die Freude wieder wahr, lehre du die Freude. Sei freundlich in der Welt und nicht mehr urteilend. Lehre du den Frieden, lehre du das Licht, lehre du die Liebe. Es ist der vierte Advent, die Zeit des Erwachens. Mache eine neue Welt wahr und künde von deiner einen Wahrheit, die du bist. Lass dir nicht mehr vom Ego sagen, dass es einen strafenden Gott gibt und du deshalb leiden sollst in Beziehungen, in Krankheiten, in finanziellen Geschichten, in der Angst um deine Zukunft. Du lebst hier und jetzt. Du bist jetzt hier und vollkommen da. Alle Zeit existiert nur hier und jetzt. Es gibt nichts anderes als dieses Jetzt. Begreife dies. Nimm deine Aufgabe an. Lass alles ruhen, was du gelernt hast. Bring dein altes Lernen nicht mehr hierher. Es ist bedeutungslos. Und keinem, keinem hilft es, wenn du deine Vergangenheit immer wieder wahr machst. Wenn du deine Situation immer wieder zu verändern versuchst. Das hilft keinem. Der Kurs in Wundern ist eine Geistesschulung. Und unser Geist, der sich verirrt hat, der sich mit etwas identifiziert hat, was er gar nie sein kann, der will wieder zurück und seine wahre Identität begreifen. Wir brauchen uns nicht mehr mit etwas zu identifizieren, das man einfach nur mit einem Wort beschreiben kann. Angst. Wer sich schuldig fühlt, ist in Angst. Wer sich als Opfer fühlt, ist in Angst. Wer glaubt, dass ihm etwas Schlimmes geschieht auf dieser Erde, ist in Angst. Das heißt, er ist mit dem Ego-Geist identifiziert. Und das Ego hat alles auf den Kopf gestellt. Und das Ego schreit immer zuerst. Merke dir das gut, es schreit immer zuerst. Und wir sind hier, um auf die leise, stille und doch sehr machtvolle, liebevolle Stimme zu hören, den Heiligen Geist. Der dir einfach nur sagt, hey, übernimm deinen Auftrag her, damit du erkennst, was du wahrhaftig bist. Du bist jetzt geheilt. Du bist jetzt gesegnet. Du bist jetzt geliebt. Und von der Liebe Gottes umgeben. Daran gibt es keinen Zweifel, deshalb zweifle du nicht mehr. Fühle, was jetzt, fühle auf die Mitte deiner Brust. Fühle, was dort eingeschrieben ist. Die Liebe. Und deshalb lehre nur diese Liebe. Begreife, dass du diese Liebe bist. Und du kannst es erst begreifen, wenn du sie lehrst. Wenn du hilfreich bist. Wenn du deine Depressionen beendest. Deinen Schmerz beendest. Deine Krankheit beendest. Ein geheilter Geist ist nicht krank. Alle Macht ist in dir. Die Macht Gottes ist in dir. Und du kannst diese Macht natürlich dazu benutzen, all das, was du erfährst, wahrzumachen. Wird es nicht langsam Zeit, umzukehren und anderen Geistes zu werden? Das Licht zu empfangen, das Licht zu empfangen, indem du es gibst. Die Liebe zu empfangen, indem du sie gibst. Ganzheit zu empfangen, indem du sie gibst. Frieden zu empfangen, indem du ihn gibst. Was ich gebe, empfange ich. Meine Augen, meine Zunge, meine Hände, meine Füße haben heute einen einzigen Zweck, Christus gegeben zu werden, damit er sie verwende, um die Welt mit Wundern zu segnen. Vater, ich gebe heute alles, was ich habe, Christus, damit er es auf jede Weise nutze, die dem Zweck am besten dient, den ich mit ihm teile. Nichts gehört mir allein, denn er und ich haben uns im Zweck verbunden. Auf diese Weise ist das Lernen fast zum ihm bestimmten Ziel gekommen. Eine Weile arbeite ich mit ihm, um seinen Zweck zu dienen. Dann verliere ich mich in meiner Identität und erkenne wieder, dass Christus nichts anderes als mein Selbst ist. Lehre, was du erfahren willst. Lehre, was du sein willst. Du bist Christus, eins in Gott. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser Untertitelung des ZDF, 2020